Mehrere tausend Menschen haben den Super-Taifun auf den Philippinen nicht überlebt. Das Werk der Zerstörung durch den Taifun-Taifun war einfach zu groß. Satellitenbilder von der Stadt Takloban zeigen, wie der Taifun die Häuser des Ortes auf der Insel Lete ausradiert und die Stadt damit regelrecht vernichtet hat. Sie war der Wucht des Taifuns einfach nicht gewachsen. Aus aller Welt erreichen inzwischen Hilfsaktionen die Philippinen. Aber noch ist es zu wenig für die vielen Obdachlosen und leidenden Menschen. Unser Korrespondent Philipp Abrech war heute auf der schwer getroffenen Insel Lete in dem Ort Ormok. Auch dort ist das Elend immer noch groß. Anflug auf die Insel Lete. Auch hier in Ormok hat Wirbelsturm Haiyan schrecklich gewütet. Die Häuser entlang der Palmenhaine zertrümmert wie Spielzeug. Wenn ich hier runter gucke, unter uns, kleine Siedlungen und viele Bäume sind einfach so, wie sie sind, entwurzelt und umgekippt, liegen auf der Straße oder auf Häusern. Totale Zerstörung. Ormok hat immer von der Landwirtschaft gelebt, von Kokosplantagen und Reisanbau. Der Super-Taifun hat alles vernichtet. Jetzt ist Ormok eine Stadt im Ausnahmezustand, eine Stadt der langen Schlangen. Hier stehen die Menschen an für Sprit. Und hier für Essen und Trinken. Vom Stadtrand bis in die Innenstadt eine einzige Schlange aus Menschen, ein Kilometer lang oder länger. Wir stehen an für Reis, damit wir zu essen haben. Man kann auch Reis kaufen, aber der ist so teuer, kaum zu bezahlen. Viele Menschen sind hungrig und durstig. Zum ersten Mal seit einer Woche kommen hier in Ormok Lebensmittel an. Reis, Nudeln, Wasser. Die Freiwilligen von der katholischen Kirche haben Plastiktüten gepackt. 50.000 Stück werden sie allein heute verteilen. Zwei Tüten. Ich bin erleichtert. Wir haben seit dem Taifun nichts mehr zu essen bekommen. Und noch einmal Schlange stehen. Die Helfer verteilen Medikamente und Verbandszeug. Viele Menschen hat der Taifun obdachlos gemacht. Sie können sich nicht schützen vor dem tropischen Regen und auch nicht vor der sengenden Sonne. Tote. Durch den Taifun hat es in Ormok nur etwa 30 gegeben, aber viele Verletzte. Wir haben Tetanus gebunkert und Antibiotika. Viele haben Schnittwunden von den Trümmern. Die Kinder sind häufig erkältet, haben Grippe. Im Moment nichts Schlimmes. Wir beten, dass es nichts schlimmer wird. Für die Menschen in Ormok passt das Glück heute in eine Plastiktüte. Für die nächsten fünf Tage sind die Überlebenden des Wirbelsturms notdürftig versorgt. Und trotzdem, es gibt viel zu wenig für viel zu viele Menschen. Selbst die Regierung gibt zu, überfordert zu sein. Diese Katastrophe ist einfach zu groß. Ich habe Menschen getroffen, die sind unglaublich traumatisiert. Die Menschen fangen an zu weinen, wenn sie mit einem sprechen, wenn sie ihre traurigen Geschichten erzählen. Jetzt müssen sie im freien Leben. Vor einigen Tagen hat es unglaublich gewindet hier. Es kam mir fast vor, als würde ein neuer Taifun kommen. Und man kann sich nicht hereinversetzen, was die Leute hier gerade durchmachen. Man kann es nur versuchen zu verstehen. Die Krisenhelfer müssen sich noch um vieles kümmern. Essen, Wasser, Obdach, Seelsorge. Nicht nur in Ormok hat der Wirbelsturm das Leben der Menschen drastisch verändert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017